Im heutigen Video zeige ich dir da draußen, wie du aus der Vivi-App momentan auszahlen kannst, ohne über den Schritt von Wire zu gehen, das heißt über den offiziellen Partner von Vivi. Das Ganze ist natürlich aber auch mit einigen Risiken verbunden, die zeige ich dir auf jeden Fall auf. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ja und erstmal Grüße gehen raus hier auf jeden Fall an meinen Kollegen Forster Hild, der das Ganze hier einmal schon mal abgedreht hat. Das Ganze ist aber tatsächlich auch schon mir bekannt gewesen. Und zwar hat er nämlich der gute Caro hier aus der Community das Ganze mir auch schon gezeigt, hat aber auch hier darauf verwiesen, auf das Risiko, dass Geld eingefroren werden kann, wenn der Anbieter rausfindet, wo das Geld herkommt. Und das ist nämlich gerade das Problem, da nämlich dieser Anbieter, nämlich Wise, den wir uns jetzt hier gerade mal ganz kurz anschauen, leider nicht Krypto bzw. NFTs unterstützt und dementsprechend natürlich hier ein Risiko besteht, dass wenn es rausgefunden wird, wo das Geld herkommt, das Geld dann auf dem Account eingefroren wird. Da muss ich einfach ganz klar sagen, da müsst ihr auf jeden Fall die Eigenverantwortung übernehmen. Wenn ihr sagt, hey, ich muss unbedingt auscachen, dann könnt ihr das natürlich so machen. Wenn ihr sagt, hey, okay, ich habe jetzt Zeit, dann würde ich persönlich warten, denn wir sprechen immer hier noch von wirklich mehr als 100 Euro wahrscheinlich in den meisten Fällen. Von daher, ja, zeige ich euch aber trotzdem jetzt, wie ihr das Ganze machen könnt, wenn ihr das Ganze machen wollt. Als allererstes müsst ihr euch natürlich hier auf Wise erstmal anmelden. Dort natürlich in dieser Stelle einen persönlichen Account, keinen geschäftlichen. Und dann bekommt ihr dort sozusagen unter anderem auch, ja, gewisse Kontodaten und die braucht ihr dann natürlich. Was ganz wichtig ist noch, ihr müsst, um den Account richtig zu aktivieren, erstmal überhaupt Geld hinsenden. Vorstar beispielsweise hat das Ganze mit 30 Dollar gemacht und dann könnt ihr sozusagen, wenn ihr diese 30 Dollar eingezahlt habt, auch später wieder auszahlen. Also das ist überhaupt kein Problem für die Ideen, die sich jetzt denken, hey, dann bekomme ich ja gar nicht mehr mehr Geld raus. Das ist überhaupt kein Problem. Da müsst ihr aber erstmal in die Vorleistung gehen, dass sie sehen, okay, das ist auch wirklich euer Konto mit dem Namen, mit dem ihr euch auch bei Wise angemeldet habt. Und dementsprechend, wenn ihr das Ganze sozusagen gemacht habt, dann geht ihr in die BW App, hier unter Payout und dann geht ihr hier nämlich natürlich einen Schritt weiter. Bei mir, ich kann das jetzt leider nicht machen. Dann müsst ihr natürlich hier die Currency angeben und so weiter und so fort. Und dann natürlich an die Daten, die ihr an dieser Stelle von Wise habt, nicht eure normalen Banking-Daten. Das ist natürlich ganz klar, weil die werden natürlich nicht akzeptiert. Dann müsst ihr das sozusagen alles nur noch hinzufügen. Und dann kommt ihr hier zu diesem Bild, wo dann nochmal alles zusammengefasst ist. Dort auf jeden Fall nochmal alles überprüfen, ob alles stimmt. Und dann müsst ihr das natürlich auszahlen. Was ganz wichtig ist an dieser Stelle, ihr bekommt natürlich hier auch eine Menge Fees zu spüren. Nicht nur die Fees vom Auszahlen dann auf Wise, sondern natürlich auch von Wise dann auf euer Banking-Konto. Das heißt, dort müsst ihr auf jeden Fall mit einigen Fees rechnen. Wie viel kann ich euch pauschal gar nicht sagen, da ich das selber nicht selber ausprobiere, weil ich momentan einfach auch nicht auszahle. Dementsprechend ist das Ganze für mich auf jeden Fall erstmal ein No-Go. Und außerdem ist mir das persönlich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu risky über Wise. Aber wer das Ganze nutzen möchte, der kann das Ganze auf jeden Fall nicht nutzen. Ansonsten, ich werde euch das ganze Video von Forster einfach auch nochmal unten verlinken. Für die Leute, die sich jetzt im Nachhinein doch nochmal ganz genau anschauen wollen, wie er es gemacht hat. Das war es aber auf jeden Fall zu diesem Video. Wie du aus der Vivi-App zum momentan Zeitpunkt auch als Deutscher auszahlen kannst. du auszahlen kannst. Untertitelung des ZDF, 2020